Hier läuft der Noxon DAB-Stick als Software-Defined Radium. Ich habe die Frequenz jetzt auf 61 bis 62 MHz eingestellt und am Antenneneingang befindet sich ein Dioden-Ringmischer mit einem 50 MHz Quarz-Oszillator und vorneweg eine Langdrahtantenne dran. Die Empfangsfrequenz ist jetzt in der ersten Sektion. Ich glaube, dass die britische Ökonomik, ihre Struktur, ist sehr nahe zu den USA. Die Empfangsfrequenz ist jetzt 62,039 MHz. Das bedeutet, tatsächlich höre ich etwas auf 12,04 MHz ungefähr. Da ist die Station, die ich jetzt hier gerade hören kann. Hier sieht man sogar eine DRM-Station. Die kann ich allerdings jetzt im Moment nicht dekodieren. Jetzt möchte ich nochmal ins 9 MHz Band. Und Wechsel. 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 Ja, man sieht, der Noxon Stick ist nicht nur als SDR für UKW zu gebrauchen, sondern sogar für Kurzwelle.